Heute mal ganz anders, so kennt ihr mich jedenfalls noch nicht. Hallo Leute, jemand hat mir mal gesagt, einen Ritterschlag hast du dann empfangen, wenn sie anfangen dich zu parodieren. Und genau das ist jetzt geschehen. Mir wurde ein Video zugespielt, was meine handwerklichen Arbeiten auf eine ganz eigene Art auf die Schippe nimmt. Präzise Beobachtungen werden breit getreten und herrlich interpretiert. Kein einziges Mal habe ich eine Abneigung oder ein Kräuel gegen das Gezeigte verspürt. Ganz im Gegenteil, ich habe mich wunderbar amüsiert. Aber schaut selbst. Heute machen wir einen Selfie-Stick. Was wir dafür brauchen, sind nur vier Sachen, die hat bestimmt jeder in seinem Haushalt. Also eins, ein Schrubberbesen, ein paar Gummis, ein Telefon und eine Fernbedienung. Also ich nehme jetzt erstmal zwei Gummis zum Fixieren, zwei haushaltsüblichen Gummis. Also kein Kondom, he he he. Und fixiere erstmal das Handy an einer Seite. Dann nehme ich das andere Gummi, mache das hier dran und ziehe es über. He he he. Dann brauche ich nur noch eine Fernbedienung. So, der normale vom Handy. Ich finde, ich will die Marke nicht mehr nehmen. Und stecke es einfach in den Kopfhöreranschluss. Alles, was ich jetzt noch tun muss, ist... Ich schalte das Handy rein. Bisschen offen. Ich schalte die Kämmer rein. Ich stelle es andersrum. Und nun, jetzt kommt der große Moment. Da mache ich einfach nur noch Klicks und schon habe ich das Foto. Tschüss, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal machen wir Pizza Bolognese. Tschüss. Ich könnte mich beölen. Genau das bringt mich auf eine Idee. Wenn ihr also Spaß haben solltet, bei der Macht oder auch nur einzelne Videos davon auf eure Art zu interpretieren, dann sendet mir das Ergebnis doch einfach zu. Ich werde eine neue Rubrik für euch aufmachen und hier präsentieren. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Und da seht ihr in meiner Serie mein Lieblingsessen, wie ich nach einem Wettbewerb die Frikadelle des Siegers brutzle. Ein Gedicht.